Wo soll ich hinschauen? In die Kamera? Susi! Susi! Hi, Susi! Deutsch, gut! Entspannt. Das ganze Drumherum ist ja weg. Man kann einfach Fußball spielen, was man als Jugendlicher gemacht hat. Darum geht es ja. Fußball spielen, Spaß haben, ein bisschen feiern, Tore schießen, zusammen verlieren und gewinnen. Und im Endeffekt ist das eine schöne Freizeit, die man dann zusammen verbringen kann. Nächste Frage? Keine Ahnung. Wer spürt ihr eigentlich? Ich kenne schon ein paar Mannschaften, aber jetzt kann ich nicht sagen, ob ich mich am meisten freue. Auf meine eigene Mannschaft. Wieso Außenriss? Ich kann auch Innenriss. Also ich bin eigentlich viel mit Immobilien beschäftigt, eigene Vermögensanlage, was mein Vermögen angeht. Und investiere meistens in Immobilien und auch andere Sachen, die so anstehen wie Aktien und Startups. Ersten Winner? Gegen die haben wir doch gar nicht gespielt. Wir hatten die Frage von unserer Redaktion dabei bekommen. Ersten Winner? Was war das für ein Spiel jetzt? Qualifikationsspiel? UEFA Pokal 2008. Nächste Frage. Ich glaube, ich habe gegen die Essenwiller gar nicht gespielt. Das war die letzte Frage. Ja herrlich. Wir sind ja durch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.